So, also, herzlich willkommen hier zurück bei Live in the Woods. Jetzt, ja, äh, bei meinen kleinen Häuschen, was ich hier baue, noch im Rohbau natürlich, ähm, wir haben hier, wow, unser schöner, super, unsere super Aussicht, ja, und wie es jetzt ausschaut, wenn ich spreche, wird das Spielzeug nicht leiser. Das ist schon mal gut, ja, das habe ich jetzt rausgefunden, woran das lag, ähm, aber, ja, ist schon nice, ey, ist schon nice, man wünscht dir doch mal hier runter springen zu können, jetzt fängt es schon wieder zu stark an zu riechen, ich dreh durch, ey. Ja, das ist auf jeden Fall, na, 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 Blitze bleiben bloß weg. Wir gehen hier rum und gehen ganz schnell wieder rein, weil bei meinem Glück falle ich nämlich wirklich noch runter und das wollen wir eigentlich. So, da unten kommt demnächst unsere Palminsel, ja, wie, wie, äh, wie Dubai, ja. Da könnt ihr euch noch alle schön breit machen. Gut, was haben wir denn in den letzten Tagen dann gemacht? Ich glaube nicht viel, es ist noch nicht viel passiert, das habe ich mir schon gedacht. Es ist nicht viel passiert, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Was geht hier unten ab? Äh, schlafen brauchen wir noch nicht. Was haben wir hier unten noch? Mal kurz mal die Lage mal checken, mal kurz, äh, Inventur machen. So, wir haben ein bisschen Leitern, einen Zaun haben wir, ein paar Stufen. Hier ist auch nichts sonderlich wirklich Schönes drinne. Was war hier drinne? Hier war, genau, Pressealien. Essen, 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 essen. Hier war ein bisschen Dingensbobens drinne. Und hier sind noch Sachen drinne, wo ich aus Versehen was geholt habe. Ja. Äh, Kohle können wir da reinschmeißen. Die brauchen wir erstmal nicht. Äh, Flasserstein. Ah, geht das wieder los, ne? Ich habe aber groß noch keine Kisten, wo ich was sortieren kann. Weil, mein Lager, da gibt es ja noch nicht, ne? In dem Punkt. Lager gibt es noch nicht. Da gehen wir nachher hier so vielleicht runter. Hier, geht es dann runter. Hier kommt nachher noch, hier ziehe ich nochmal eine Wand rein. Hier soll nachher auch so ein Umkleider werden für die Rüstung und vielleicht so ein bisschen für, ne, die Waffen, die machen nachher hier schön hin. Auch so Steps-Dinger. Das müsste funktionieren, theoretisch. Das müsste funktionieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir das alles hinkriegen. So, pass auf, wir gehen mal raus. Wir gehen mal draußen, was hier los ist. Ach, hey, je wenig. Okay, unser Beet, das platzt ja auch aus allen Nähten. Ähm, da hat wer eine Brücke gebaut, wer auch immer. Kennen wir nicht den Typen. So, hier haben wir auch schon, ach, du ahnst es nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall bald mal unser Lager mal aufbauen. Um die ganzen Sachen mal richtig frisch zu lagern. Ähm, wir haben hier Weizen, was erwachsen ist. Das nehmen wir mal mit. Ja, gibt es auch Kinderweizen? Nein, Kinderweizen gibt es nicht. Da drüben ist auch noch einer, der fertig ist. Nehmen wir doch gleich mal mit. So, du bist auch schon fertig, aber zeig es mir groß nicht an. Okay. So, ihr seid noch in Gange. Ihr seid erwachsen. Da ist es gerade nochmal richtig gebollert. So, das ist auch erwachsen, das nehmen wir auch noch mit. Äh, und dich nehmen wir auch noch mit. Ups, kaputt? Nein, gut. Dann nehmen wir dich mit, dich mit. Und du bist noch nicht fertig, okay. Und hier haben wir nichts mehr. Alles klar, jetzt bist du erwachsen oder was? Das wäre jetzt was gewesen. So, hier haben wir... Hier haben wir... Erdbeerpflanze. Gut, die dauern noch ein bisschen. Rabarber, 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 Rabarber. Alles fertig. Hier haben wir nochmal Rabarber. Nehm mit. Und hier haben wir... Himbeerpflanze. Alles klar. Hier haben wir noch Erdnusspflanze. Erdnuss. Erdnuss. Kennst du den Erdnuss? Hier haben wir noch ein bisschen Karotten. Ich habe keinen Platz mehr. Und da... Na, bravo. Okay, dann bringen wir das mal eben schnell weg. So, die haben wir reingeschmissen. Ähm... Weizen da rein. Das da rein. Ach du Kacke. Krieg ich nicht mehr rein. Das geht da rein. Ähm, ähm, ähm... Da, Erdbeeren. Geht auch nicht mehr rein. Jetzt bin ich verraschen. Alles klar. Da brauchen wir noch eine Kiste. Würde ich mal so sagen. Erstmal noch eine sporadische Kiste. Das ist das Haus. Ganz schön löchrig da oben, ne? Das ist mein Baugerüst, was da oben rumschwirrt. Hier braucht noch eine Kiste. Eine Kiste brauchen wir noch. So. Schilder? Nein, gibt's noch nicht. Schilder gibt's nicht. Nein, nein, nein. So, ich wollte eine Kiste haben. Wo sind die Kiste? Wo hab ich denn jetzt? Ach, Walfelstreck. Wo ist denn diesen verdammten... Wie doch, eine Truhe? Ich hatte aber so viele gehabt. Wo sind die hin? Wo sind die hin? Das ist natürlich jetzt kuriose. Ich hatte mal 57 Truhen. Aber okay. Nichtsdestotrotz. Wir bauen uns eine Truhe hier nochmal neben. Als... Als kleinen... Hier, Süßkartoffeln. Ach, warte mal. Vielleicht krieg ich die ja noch hier rein. Süßkartoffeln? Nein. Okay. Also, da noch mit rein. Ihr kommt hier mit rein. Weil euch kann ich auch nicht... Vertrauen, wollte ich schon sagen. Euch kann ich auch nicht da verarbeiten. Salz auch noch. Ach, da sind so eine Kisten. Toll. Super. Super. Klappt ja hervorragend. Äh, die schmeiß ich... Alter. Die schmeiß ich weg. Die brauche ich nicht. Und... Dann... Sollten wir es erstmal wieder... Oh, meine weiße Wolle sollten wir auch wegpacken. Salz sollten wir auch wegpacken. Salz brauche ich noch nicht. Erst wenn ich die Cheeseburger irgendwie mal herstellen will. Irgendwie mal. Irgendwann. So, habe ich hier Salz drinne. Salz habe ich... Hier auch mit drinne. Gut. Zack. Dann... Was war noch hier drinne? Na, das brauche ich noch für unterwegs. Ähm... 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 Da sind noch Edeldinger. Und die kommen hier mit rein. Zack. Eisen. 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 Ja, das war jetzt... Ähm... Du kann... Hallo? Du kommst da drauf? Was haben wir sonst noch? Sonst noch ist mir groß nix, ne? Rest können wir erstmal behalten. Außer die Türen. Die Türen kommen auch raus. Die Türen... Komm, die Türen packen wir erstmal hier rein. Zack. Da rein. Was brauchen wir erstmal noch nicht? Die Treppstufen brauchen wir erstmal noch nicht. Die kommen erstmal hier hin. Ja, ich weiß, sie ist ein bisschen unordentlich, aber okay. So. Ich konnte es nicht umstellen. Wollte nur sagen, dass es gebraucht wird. Ach, alles klappt. Okay, sagen wir, es war ein Tipp. Es war ein Tipp und es ist lustig, die man im Stream Verzögerung anhand der Blitze ermitteln kann. Ja, siehst du, wie viele Verzögerungen haben wir? 10 Sekunden? 15 Sekunden? Ich weiß jetzt gar nicht. So, Erde können wir noch ordentlich behalten. Und, äh... Genau, das kommt jetzt raus. Oh, ich schnunkel. Ich gehe kurz pennen. Ich gehe ganz kurz pennen. Mal gucken, ob wir wieder rausfallen. Und wir fallen wieder. Wir schreien uns wieder in den Schlaf. Na? Da hat es wieder geblitzt. Wir schreien uns in den Schlaf. Äh, das heißt... Die Kisten kommen auch wieder weg. Die Kisten kommen auch wieder weg. So, die packen wir hier wieder rein. Hallo? Halt, bleiben stehen. Da, da kommen die Kisten rein. Wo sind sie? Da. Radarazong. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir... Ähm, wir... Ähm, wir... Wir bearbeiten das Dach noch ein bisschen weiter. Weil das Dach will ich jetzt umgekehrt fertig haben. Zumindest heute. Ich will heute das Dach fertig kriegen. Und das ist ja noch ganz schön was. Das ist noch ganz schön was. Ja, wir müssen noch die Schräge noch unten reinkloppen. Wir müssen die Schräge noch nach hier rüber ziehen. Uiuiuiui. Ja? Uiuiuiui. Da kommt noch jede Menge auf uns zu. So, welcher Idiot hat das hier gebaut? Ich selbst. So, wo ist meine... Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. So, weg mit dir. Habe ich ja benötigt, glaube ich, um... Aufs Dach zu kommen. Ja! Ach, genau, da war ja noch was. Wir waren noch bei... Ach, wir müssen Holz holen. Pinienholz brauchen wir noch. Ohne dem kann ich das Dach nicht zumachen. Ja, dann tut es mir leid. Dann müssen wir erst einmal in den Wald gehen. Und uns erst mal Pinienholz holen. Dann haben wir ein Glück in der Nähe. Ist ein Glück hier drumherum. Mal gucken, da vorne haben wir zum Beispiel einen. Den können wir gleich kaputt kloppen. Das fangen wir als nachher neu an. Ja, damit es noch schöner aussieht. Aber jetzt zur Zeit brauchen wir erstmal jegliches Material. Was hier zur Verfügung steht. So, wir haben eine Erde. Habe ich überhaupt eine Schaufel dabei? Habe ich. So, das kommt wieder weg. So. So kommt es auch gerne mit. So, Schaufel haben wir hier. Fahrstuhl. Erdfahrstuhl. Natürlich wieder weg. Und... Der ist auch weg. Sehr nice. Dann machen wir mal hier. Der Padilla macht schon wieder eine Ankündigung. Huch. So. Reicht das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann müssen wir halt auch mal neue machen. Zack, zack, zack. Das gibt es doch nicht. Ich will mich verraschen. Ey. Der Wilder. Toll. Für einen. Für einen muss ich jetzt nochmal so einen scheiß Erdklumpf machen. Ich drehe durch. So, abwärts bitte. Und... Rest. Die Ba... Die Baumstimme. Baumstimme. Ha, langsam kommt es. Langsam kommt es. Langsam sieht es gut aus. Das Haus. Ja, circa 15 Sekunden. Siehst du wohl? Dann haben wir es schon. Ey. Wir haben jetzt wie viel? Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 26 Pinien. Dinger. Daraus können wir wie viel Holz machen? Genug. Ähm... Ich glaube, einen fehlen wir noch. Komm. Einen hauen wir noch weg. Einen hauen wir nochmal weg. Ups. Verzeihung. Tjo. Geil hat der Bauch, ey. Oh, oh, oh. Guck, der stockte schon. Liegt ein Blitz. Liegt ein Blitz. Ach, komm schon. So, jetzt aber. Jawohl, ja. So, du kommst auch noch mit. Und einmal wieder auf Erde. Sehr nice. So, soll man mal genug erstmal wieder haben. Vorerst. Vorerst. Die Erde wird ja auch rausgetauscht. Wisst ihr ja noch? Oh, Mann, ey. Wer weiß, was ich da noch hier brauchen will? Das kann nur wieder katastrophal werden. Oh, oh, oh. Da ist er auch wo reingegangen. Was macht eigentlich der Stein hier? Was hast du für einen Auftrag? Ich glaube gar keiner hast du, ne? Wo ist das denn? So. Ach, sag ich, hier noch flügelst du. Alles klar. Da kommt die Wormwolle rein. Hier kommt die blöde dämlichen Pflanzen rein. Und das war's erstmal. Das war's. So, auf. Ab aufs Dach. Bietig schön dunkel hier, ne? Kann das sein? Ja, halbwegs. Halbwegs ist dunkel. Ei, 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 ei. So, einmal nach oben. Und dann können wir hier das Holz erstmal zack, bumm. Machen wir alle. Nee, komm, wir machen erstmal die Hälfte davon weg. Komm, da haben wir jetzt genug. Können wir nämlich hierher. Da komm ich nicht dran. Muss ich gewusst haben. So, jetzt fahre ich gleich runter. So. Ja, jetzt sieht schon fast ganz gut aus, ne? Muss ich ja schon sagen. Sieht schon fast ganz gut aus. Aber nur fast. So, jetzt bleibt er erstmal. Ui, 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 ui. Huch. So. Dann waren wir hier stehen geblieben. Ach, ne, sowas, genau. Alles klar. Krieg ich das so hin. Macht natürlich nicht. Na toll. Ja, gut. Dann muss ich erstmal hier wieder ein Holzgerüst, ein Gerüst aus der Erde wieder bauen, dass ich erstmal hier weiterbauen kann. Und auch hier nachher den Überstand. Das mache ich aber nachher. Den Überstand mache ich nachher. Drüben habe ich es ja schon gemacht, aber es war nur zum Testen. Und dann schauen wir mal, wo, wie das nachher dann aussieht. Ja, gut, super. Alter, weiter. Dann bauen wir erstmal unser Holzgerüst weiter, dass wir hier unser Dingens bauen können. Das heißt, wir machen hier jetzt mal ein Stück Erde hin. Wir könnten natürlich auch nachher noch eine Terrasse dran bauen. Das ist aber nachher noch ein bisschen Planung. Also ein bisschen noch Geschichte. So. So gucken, wie ich nachher wieder reinkomme. Klasse. Das kam weg natürlich. Und der kommt da rein. Jetzt ernsthaft? Keine Erde mehr? Och. Ja, geht schon gut los. Wir müssen Erde holen. Ich brauche nochmal eine zweite Leiter hier. Dass ich hier nicht runterstürze. So. Ja, dann geht es jetzt mal wieder runter und wir brauchen Erde. Erde klatschen. Wir klatschen alle gleich zusammen in die Luft, ja. Und sagen damit Erde klatschen. So. Ach, herrlich, ey. Schön, wir jetzt auf uns zu sein. Ja. Nein, wir bauen den Bächten nicht ab. Nein, nein, nein. Oder? Nein. Soll natürlich aussehen. Weißt du, hier ist übelster Sonnenschein. Draußen. Übelstes Unwetter. Ja. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Ja, also ich sehe ja, Twitch hat immer noch die ganzen Probleme. Was sagt denn mein Kontroll? Ne, bei mir läuft alles. So, weg damit. Wir brauchen Erde. So, guck, guck. Da muss ich gleich wieder diese Brillenwerbung denken. Guck, guck. Die ist klar. So. Das nehmen wir auch alles mit. Brauchen wir eh alles nachher an den ganzen Platz. Da kommt nachher unser neues Feld drauf. Was ja nachher noch größer wird. Oh, das wird nachher so eine, so eine riesen, so riesen Feld. Das wird der Wahnsinn. Der Wahnsinn wird das. So, mal schauen wir gleich kaputt. Habe ich noch eine? Selbstverständlich nicht. Ja, das war's. Okay. Wie viel... Jetzt hört doch auf die Witzen aus. Wie viel von Erde haben wir jetzt? Äh, 64 plus 22. Ja, komm, komm mal erstmal mit hin. Da könnten wir erstmal mit hin kommen, für das Grobe. Man, dann machen wir nicht mal unseren Weg frei. Geht die Schorne scharf. Hier, da steht er. Ich hab nur gestreichelt. Ich hab nicht gehauen. Ich hab nur gestreichelt. Ich hab nur gestreichelt. So, schau, das Schaf. So können wir ihn taufen. Meinenwegen. Und jetzt muss ich natürlich noch da vorne einmal hin. Und dann geht's nach oben. Treppen steigen, Treppen steigen, Treppen steigen. Das hasse ich natürlich persönlich wie die Pest. Jetzt geht nicht zu meinem Fachstuhl. Huch. Da war ein Ruhklar drin. Da konnte ich nichts für. Und dann... Was? Das ist bei ihr noch auf dem PC. Da ist Tablet und Handy funktionieren. Alles hat sie gesagt. Alles klar. Dann sollte sie sich mal vielleicht mal einen neuen Browser suchen. Ja. Oder den Browser nochmal neu installieren. Dann geht das bestimmt wieder. Oder einfach wie Vivaldi installieren. So. Hier geht's hoch. Zack. Boom. Die Bohne. Und dann... Jetzt muss ich gucken, wie ich jetzt da hinkomme. Ohne, dass ich nachher alles zubaue. Aber so ich mich kenne, baue ich mich sowieso zu. So, das haben wir. Frage ist, wie wir nachher hier noch überall hinkommen, ey. Das wird nachher so übel. Was haben wir denn sonst noch? Ansonsten haben wir, ähm... Ja, was soll ich sagen, ey. Unwetteralarm. Ja. So. Zack, zack, zack. Das sieht ja schon fast ganz gut aus. Ei, 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 ei. So, spitz haben wir gleich. Jetzt muss ich auch irgendwie wieder runterkommen, weil es ist Nacht. Ja. Da sehe ich nämlich so gut wie gar nichts. Ich bin nicht blind wie den Fisch. Habe ich ein Bett mit dabei? Bestimmt nicht, ne? Sonst würde ich jetzt mal hier oben auf dem Dach pennen. Aber ich glaube, wir haben diesmal nichts mit dabei. So. Okay, wir gehen einmal kurz runter zum Penn. Klasse. Klar. Klar, warum auch nicht? So, das zieht vom Westen rein. Vielleicht kommt es bei euch gar nicht an. Ja. Das hört sich da schon mal ganz gut an. Hier im Norden ist auch jetzt Donner. Uh. Siehst du wohl? Da war es nämlich schon. Bei uns kommt es dann am Ende des Streams an. Das kann passieren. Das kann passieren. So. Wo ist mein Bett? Da ist mein Bett. So, wir schreien uns hier endlich. Oh, wir fallen mal nicht runter. Was ist denn da los? Was ist da los? Wir fallen mal nicht runter. Aber bei dem Punkt erstmal... Oh, sieht. Was ist das denn? Wir hätten schweren Clip gemacht. Ich habe das gar nicht mehr gesehen. Okay. Auf geht's wieder nach oben. Wie viel Erde haben wir noch? 17. Ernsthaft? Da kommen wir aber lange nicht mit hin. Dann gehe ich gleich wieder los und Erde klatschen. Und natürlich noch eine Schaufel bauen. So, Eisen, Eisen war hier drin. Und hier machen wir sieben mit. Stickies haben wir ja glaube ich auch noch gehabt, ne? Stickies haben wir noch, genau. So, lassen wir drei Schaufeln. So. Aber wir kommen auf jeden Fall erstmal hin. Ja, toll. Aber wir kommen auf jeden Fall hin. Meine Axt geht auch schon kaputt. Das ist natürlich ärgerlich. Sieht auch gut aus. Sieht auch alles gut aus. So, hier geht's runter. Da kommt nachher noch so ein bisschen Stein so links und rechts dran, ne? Gucken, wie das nachher aussieht. So, wo ist unsere schöne neue Wiese, die wir gerade bauen? Nein, ist er. Da ist unsere Wiese. Ach du Kacke. So. Huch, wir haben hier so ein Loch reingebuddelt. Das war schon so. Das war schon. So, ich muss gerade den Lüfter mal drehen. Weil irgendwie kommt hier kein Lüfter an. Oder er lüftet schon kaputt. Alles, wo mein. So. Okay, jetzt tiefer. Das bräuchte ich noch nicht. Ist hier ein Baum? Alles klar. Hier ist ein Baum. Wollt schon immer... Toll. Wollt schon immer mal einen Baum von unten sehen. Da schmeckt wie ein Baum ganz unten. Kennt ihr sowas? Ja, heute auch. Heute war ich eigentlich was schönes herzaubern, ne? Zum Abendessen. Aber auf die Uhr geguckt, da war schon halb sieben. Und gesagt, ne. Hier könnte ich nochmal den Stream-Start verzögern. Ne, das war doof. Von daher habe ich dann gesagt, komm. Hau so ein paar Brötchen rein. Und da geht das auch. Wenn nicht, dann gibt es morgen ein schöner Menü. Ja, Le Menü. Und dann, äh... Ja, der Baum schwebt. Das ist die Physik. Das ist hundertprozentig. Ist das? So. Okay, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 64 plus 6. Also macht 70, ne? Ach ja. Wo kommt die da auf einmal her? Haben wir die schon ganz Zeit gehabt, die Erde? So. Ja, genau. Die habe ich erstmal abgestellt. Um erstmal einen kleinen, äh, Grundbaustein sozusagen erstmal zu haben. Und dann kommen die auf... Vielleicht machen wir mal auf Reisen. Machen wir die vielleicht an. Wo muss ich denn hin? Guck. Habe ich schon verlaufen. Ja. Das hast du mal verpasst, Max. Da, ähm... War ich auch mal auf Reisen. Weil ich mich mal so übelst verlaufen habe. Ja. Da habe ich schon in Stillen gedacht, ich muss neu anfangen. Weil ich nicht mehr nach Hause gekommen bin. Oh, ich muss was essen. Und, ähm... Na, aber durch den Zufall bin ich dann doch wieder nach Hause gekommen. Und wir haben, glaube ich... Ich weiß nicht, wie lange das fliehen. Ich glaube auch drei Stunden oder vier Stunden. Und dieser Zeitraum ist vielleicht nur gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und da haben wir uns versucht, irgendwie wieder den Weg zurückzufinden. Aber... mittlerweile... Was ist hier denn kaputt? Das sieht natürlich auch gut aus, ne? Ich kann es hier auch nicht durchlaufen. Na klar. Ist klar. So. Dann müssen wir erstmal ganz kurz was reinmampfen. Dann geht's hin. Dann geht's hin. Dann geht's hin hoch. Dann bauen wir uns hier die Stufen weiter. Okay, da kommt ich ja nicht mehr hin. Ich glaube, wir haben ein Problem. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber wir schauen mal. So. Hop, 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 hop. Du kommst wieder weg. Dankeschön. Ähm... Zum Glück hat er jetzt ja eine Kabel. Genau. Zum Glück habe ich jetzt eine... Entschuldigung. Ich stehe auf ein... Ich stehe auf mein Kabel wieder. Moment. Das ist aber eine Katastrophe, ey. So. Tolle Wurst. Alter, willst du mich verarschen? Mann. Ja, das kommt davon, wenn man keinen Bauzaun hinstellt. Das kommt davon. So. So. Wie geht das jetzt da rum jetzt hin? Gar nicht mehr, ne? Warte mal. Ich nehme jetzt schon mal ein Ding jetzt mit. Werden wir sicher gleich brauchen. Weil ich komme nachher von außen dann nicht mehr runter. Ohne, dass ich mich in den Tod stürze. Oh. So. Am besten bauen wir uns hier vielleicht noch eine Treppe bauen sollen. So. Dann schauen wir mal, wie es hier jetzt gleich aussieht. Da haben wir auch schon wieder was. Was war gerade passiert? Warte, ich gucke sofort. So. Kabelabschmein hilft. Ja, das war ungezigt. Dann höre ich ja nichts mehr. So. Manchmal ist es schon übel, wenn die Blitze so richtig lila aussehen. Das ist schon richtig krank, ey. So richtig lila aus, ey. Boah, das Interessante wird ja noch, wie wir es von innen wieder auch noch zurückkriegen, ne? Das wird auch noch interessant. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen ja mal von hier um an. Halt, wir machen jetzt die Seite fertig. Ach so, ich brauche noch, ich brauche noch ein Boxzorn hier draußen dran. Ups, jetzt ist es laut. Oh, es klingt ja auch, obwohl, ist ja nicht mehr so laut, die Fenster sind ja zu. Aber da war schon wieder hier so ein bisschen über uns. Das gefällt mir nicht so ganz. So. Jetzt sind wir Dacht... Boss, wir sind der Dachtekker Seppel. Ja? Kennt ihr den? Guten Tag. Servus. Bin der Seppel. Ist da unser Dachtekker? Toll. Hallo. So, machen wir das. Der war nah, ja. Deswegen, also es ist schon... Ich schon nicht ohne hier. Wir sind noch nicht über dem Berg. Der Hut als Schatten. So. Dann können wir das Dach noch zumachen. Ach so. Das geht ja jetzt nicht. Das geht nicht. Drum schleichen und dabei... Zumachen. Das geht nicht. Ah, guck mal, wie wir es hinkriegen. Ah, hundertprozentig. Hoch. Nein. Nein. Doppel nein. So. Mach ich das Dach zu. Toll. Mach ich gleich weg. Ich brauche noch Schornstein. Fällt mir gerade ein. Ich brauche noch Schornstein. Den können wir auch noch später einbauen. Den können wir später auch noch bauen. So, habe ich das Dach zu hier. Hier ist alles zu. Mein Ding ist bei uns. Brauche ich ja noch. Ich muss ja noch ein bisschen Überstand bauen. Der Überstand fehlt ja noch. So. Dann brauchen wir jetzt hier... Geht es hier weiter von unten hier natürlich. Vorsicht, vorsicht, nicht runterfallen. So. Na toll. Zack. Und du auch weg. Zack. Das heißt jetzt einmal hier. Nein. Ich will das nicht. Oh nein. Nicht das. Das ist normal. Ich hoffe immer. Ja. So. Doppel hier fehlt der Überstand noch. Ich komme nicht mehr rum. Bravo. So. Der war wieder irgendwo drin. Das hat man wieder gehört. Blitz und sofort Donner. Alter Falter ey. Es ist schon heftig. Heftig und mutig. Um bei so einem Wetter zu streamen. Ich habe so ein Bammel vorher. So. Aber was geil ist ja. Wenn ich hier wirklich einschlagen würde. Das würdet ihr ja noch sehen. Ja. Weil die Verzögerung ja noch kommt. Ähm. Houston. Wir haben ein Problem. Ich komme nicht mehr ins Haus rein. Toll. Was heißt. Ich muss nachher gucken. Wo ich meinen Balkon hin baue. Tolle Wurst. Na toll. So. Die Kielchen füllen wir Rampe aus. Zimmermann. Ja. So ungefähr. Toll. Jetzt komme ich. Klasse. So konnte ich auch machen. So konnte ich auch machen.